Wir wollen Leben, wir wollen Freude, wir wollen Zukunft mit grüner Energie. Mit Wind und Sonne wird das ne Wonne, Atom und Kohle, die schaffen das doch nie. Dies Land ist dein Land. Nachhaltiges Leben, also Themen wie Globalisierung, Klimawandel, die Kohlepolitik, aber auch Ernährung etc. Die sind eigentlich alles Themen, die hier zusammenfinden. Hier finden auch Aktionen statt, aber die werden nicht unbedingt im Vorfeld geplant, sondern die werden erst mit den Teilnehmern auf dem Camp geplant. Oder Leute, die einfach sagen, wir wollen was machen, die organisieren sich selbstständig und machen dann was. Sie haben uns den größten Teil des Landes und vielen unserer Sprache geraubt. Wir haben in uns die Schmerzen der vergehenden Art. Wir fühlen, was der Baum fühlt. Dieses Ungeheuer bedroht symbolisch wie das Dorf. Wir werden das nicht zulassen. Wir machen hier gerade auf der Hauptzufahrtsstraße, das ist die Kraftwerkstraße, ein lokales Frühstück. Die die Erde beherrschen, hat kein Volk gewählt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.